So Leute, willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Es handelt sich dabei um ein Spiel, das wir auf Deutsch spielen oder vielleicht auf Japanisch, Koreanisch. Nein, spielen wir es lieber mal auf Deutsch, nämlich Pokémon X. Pokémon Y haben wir ja bereits zusammen durchgespielt und jetzt wage ich mich an Pokémon X ran. Ähm, da X aber fast genau das gleiche ist wie Pokémon Y, abgesehen von ein paar kleinen Unterschieden wie andere Pokémon und so weiter und so fort, würde es natürlich keinen Sinn machen, das Spiel einfach ganz normal durchzuspielen. Ähm, vorweg sei gesagt, ähm, hier gibt es ja eine Story mehr oder weniger, die werde ich aber größtenteils ignorieren. Und da wir die, wie gesagt, bei Pokémon Y bereits, äh, gesehen haben, jetzt stellt der liebe Professor einfach uns die Welt der Pokémon, äh, vor. Kennen wir ja bereits aus diversen anderen Teilen. Wie gesagt, ich werde mich jetzt nicht auf die Story konzentrieren, werde auch nicht alles vorlesen, abgesehen, äh, außer ihr wollt das wirklich, dass ich das mache. Wenn ihr sagt, ey, Foka, mach das, dann, äh, mach ich das auch. Äh, jetzt entscheiden, ich könnte theoretisch auch mal einen weiblichen Charakter nehmen, weil ich, ich mach das nie eigentlich in Spielen. Aber, ich weiß nicht, ich komme mir dann immer so ein bisschen Notgeil vor, wenn ich, wenn ich weibliche Charaktere nehme. Deswegen nehme ich wieder einen männlichen, weil ich ja auch männlich bin. Äh, wir hatten ja den Blondschopf, nehmen wir mal was, was anderes hier, den da, obwohl ich keine dunklen Haare habe. Aber, wen interessiert das? Ihn interessiert erstmal unser Name. Wir heißen, wie gewohnt, Foka. So, den geben wir auch ein, den schönen Namen. Und, ähm, dann betrachten wir unser schönes Outfit hier. Ja, damit können wir bei Shopping Queen antreten, ohne Probleme. So, ein toller Name, danke. Und jetzt, ähm, begrüßt er uns, beziehungsweise läst er uns, entläst er uns in die Welt der Pokémon, in die Kalos-Region. Ähm, ich komme dann auch schon gleich mal dazu, äh, was eigentlich diese Wonderlog-Challenge ist, die ihr im Titel wahrscheinlich lesen könnt. Hier erstmal in Daitiri. Ich glaube, ich habe einen Vogel. Wie kommt das Ding in unser Zimmer rein? Das ist ja unbelievable. Unbelievable. Nun gut, ähm, bei der Wonderlog-Challenge handelt es sich um eine abgeänderte Form einer... Alter! Gibt er mir erstmal einen Dropkick, obwohl, äh, das war kein Kick, sondern Drop-Schnabel oder Tackle oder was auch immer. So, okay, schön, äh, erstmal umziehen. Wie gesagt, äh, ich werde jetzt hier nicht alles detailliert vorlesen. Das Zimmer kennen wir auch schon, unser Outfit auch. Also, Wonderlog-Challenge, damit ich endlich mal anfangen kann, die zu erklären, ist eine abgewandelte Form der Nuzlocke-Challenge. Das heißt natürlich, dass ich, äh, nur ausschließlich das allererste Pokémon, das mir auf eine Route begegnet, einfangen darf. Und danach auch keines mehr auf, äh, in dem Gebiet oder auf der Route. Und, ähm, wenn, äh, ein Pokémon 0 KP hat, also besiegt wird, dann muss ich das Pokémon auch entweder freilassen oder für immer. Hey, ihr kleinen, äh, äh, Bienchen. Wie geht es euch so? Ähm, hier Serena und Senna. Kennen wir auch schon. Ähm, wie gesagt, wenn das Pokémon besiegt ist, muss ich es entweder freilassen oder auf eine Box verbanden. Und nie wieder benutzen. Das heißt, wenn ein Pokémon tot ist, dann ist es auch für immer tot. Und deswegen, ähm, ist es so eine kleine Herausforderung. Ähm, bei der Wonderlog-Challenge ist es jetzt halt so, dass man, ähm, nicht das Pokémon, das man als allererstes fängt, behält. Sondern man tauscht das Pokémon, was man fängt, per Wundertausch. Und das Pokémon behält man dann und benutzt es halt als sein eigenes Pokémon. Und wenn ihr versteht, was ich meine. Ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Ihr werdet es auch früh genug sehen. Von dem her muss ich das jetzt auch nicht im Detail, ähm, erklären. Jetzt, äh, werden wir erstmal einander vorgestellt. Ich hab, ehrlich gesagt, vergessen. Trovato. Tierno, genau. Und der andere heißt Trovato. Genau. Da habe ich mir die Namen doch noch richtig gemerkt. Wer welcher ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber spielt das eigentlich so eine große Rolle? Äh, das Spiel ist natürlich, ähm, ich kann mir einen Spitznamen geben. Ich würde mir eigentlich Monsieur F. Würde ich mir mal so... Ne, Namen. Ne, ähm, nehmen wir wieder selbst einen Spitznamen. Beziehungsweise nennen wir uns wieder wie bei Pokémon Y. Nämlich Fort, äh, Fu. Moment, entfernen hier Fort, Shiii. So. Ich bin auf jeden Fall, ähm, megamäßig auf die Wonderlog Challenge gespannt. Bin gespannt, ob ich das hinkriegen werde. Ähm. Ähm, stelle ich mir halt richtig cool vor. Ist halt so eine Nazlog Challenge, die, sagen wir mal, noch zufälliger ist. Also so ähnlich wie eine Randomizer Nazlog. Aber, ähm, doch halt nicht so gemoddet, sondern halt einfach das Spiel, wie es ist. Ähm, da ich, äh, Froxy bereits genommen habe und Finks eigentlich auch cool finde und die Gamaru nie nehmen würde, nehme ich jetzt einfach mal in diesem Run die Gamaru, da ich es eh relativ früh, äh, weggebe. Geben werde. So, damit bekommen wir Gamaru. Moment kurz. Sorry, ich musste erst mal husten. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Ja, natürlich möchte ich ihm einen Spitznamen geben. Bei der Wonderlog Challenge, ich weiß nicht, ob das die Regel ist, aber, ähm, man sollte jedes Pokémon, das man bekommt und das man fängt, ähm, Wonder und dann den Namen, ähm, eingeben. Also bei mir wäre es Wonderfoka. Ich könnte theoretisch auch ein Leerzeichen dazwischen machen, aber, nee, lassen wir es mal so. Nennen wir es Wonderfoka, damit die Leute, die dann mein Pokémon bekommen, wissen, hey, das Pokémon stammt aus einer Wonderlog Challenge. Und theoretisch kann es dann auch einfach sein, wenn ihr zufällig zum gleichen Zeitpunkt wie ich den Wundertausch macht, dann kann es einfach sein, dass ihr, ähm, ein Pokémon bekommt. Das ist ja megamäßig witzig, finde ich auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber, ähm, ich finde das auf jeden Fall witzig. Von dem her, macht ab und zu mal den Wundertausch. Keine Ahnung, was euch da so erwartet. Vielleicht erwartet euch dann ein cooles Pokémon. Und, ähm, bei der Wonderlog Challenge ist es noch so, theoretisch kann ich ja durch den Wundertausch von Pokémon auf Level 100 bekommen oder so. Also jetzt schon. Das Problem wäre halt, dass es dann, dass die Challenge schon ein bisschen overpower, also ein bisschen imbalanzt wäre, weil ich halt ein mega starkes Pokémon hätte zum einen. Aber es wäre auch ein bisschen unfair, weil das Pokémon mir nicht gehorchen würde. Deswegen kann ich, wenn ich ein Pokémon mit zu hohem Level bekomme, kann ich den Wundertausch, äh, später vollführen. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, wieso ich jetzt nicht schon, äh, mein Igamaru getauscht habe, das liegt daran, dass ich es noch nicht tauschen kann, dass man den Wundertausch erst, erst, man kann ihn erst vollführen, wenn man, ähm, zwei Pokémon hat. Nein, man kann ihn erst vollführen, wenn man zwei Pokémon hat. Und da wir jetzt momentan erst eines haben, ähm, ist dies natürlich nicht möglich. Ähm, was auf jeden Fall möglich ist, ist erstmal dieses Froxy zu besuchen. Oh, ich mag Froxy. Der sieht eigentlich so mega cool, mega süß aus. Aber leider muss es durch den Rankenheap down gehen. Schade, schade, armes kleines Froxy. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass sich der, äh, Anfang dieser Challenge doch ein bisschen verzögert hat. Das lag daran, dass ich zumal, ähm, Internetprobleme hatte und, äh, dies und das und jenes und blablabla. Jetzt einfach ein Blackscreen muss, äh, erstmal meine Maus bewegen, damit ich wieder was sehe. Aber ihr hättet alles sehen müssen. So, wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, was ich genau machen muss. Muss ich jetzt eigentlich erst zurückgehen oder, ähm, ich glaube, ich muss zu, ja, ich muss zu unserer Mutter gehen. Und die gibt uns, glaube ich, dann hoffe ich die Rollerskates, oder? Ich weiß nicht. Wie gesagt, es ist halt auch ein bisschen länger her, dass ich Pokémon Y gespielt habe. Von dem her, ähm, verzeihe ich mir, wenn ich jetzt nicht alles auswendig weiß. Ich werde trotzdem versuchen, mit jedem möglichen, äh, ich wollte gerade sagen Pisser, mit jedem möglichen NPC zu reden. Äh, weil die können ja immer wieder ein paar nette Items, äh, abwerfen. Und dagegen habe ich eigentlich nichts. Von dem her, ähm, bekomme ich die Rollerskates? Ne, Klamotten, okay. Ja, bla 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 bla, Rihornrennen. Wir werden noch früh genug auf einem Rihorn reiten können. Sei nicht, äh, so Stein, nein, nein. Oh nein, oh Gott. Ich sollte vielleicht teilweise auch ein bisschen wenigstens überfliegen, was die sagen. Weil, ähm, dann wüsste ich, dass, ähm, dass, 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 äh, äh, dann wüsste ich, was sie überhaupt von mir wollen. Das wäre richtig cool, dass ich weiss, was sie von mir wollen. Oh, Rihorn wird dich vermissen. Nein, 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 ihr wart die besten Freunde. Weißt du noch, als er dich geschlagen hat, als du klein warst? Oh, süßes, kleines Rihorn. Ich glaube, jetzt können wir auch reiten auf dem Rihorn, oder? Ganz kurz. Komm. Yay, Rihorn. Boom, boom. Los, Rihorn Moonwalk. Nein, oh, komm. Ist ja auch egal. Lassen wir es dabei gut sein. So, ähm. Ähm, die Stadt könnten wir jetzt erkunden, aber, ne, muss jetzt nicht sein. Äh, obwohl hier gehe ich trotzdem. Muss jetzt nicht sein, aber ich erkunde sie dann trotzdem. So, hallo, kleiner Wanderer. Du bist gar nicht mal so klein. Turboträter, bla. Bla, ja, ich weiss, wie die Turboträter funktionieren. Danke. War hier noch irgendwas interessant? Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, weil, falls euch das, äh, falls euch das jetzt ein bisschen nervt. Komm, gehen wir einfach weiter. Ihr wollt, äh, wissen, und ich will auch endlich mein erstes Pokémon per Wunderttausch bekommen, und ihr wollt wissen, wie das genau funktioniert. Beziehungsweise, ihr seid nicht doof, ihr wisst das schon. Von dem her ist ja auch egal. Eskizia-Fahrt. Yay, superschön. Aquarelia ist auch superschön. Hier schauen wir uns aber ein bisschen um, oder? Ne, tun wir nicht. Weil hier gibt es, glaube ich, nichts Interessantes, oder? Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Bäre oder einen Trank. Ja, hier, seht ihr einen Trank? Wenn man gerade vom Teufel spricht, dann gibt es das tatsächlich. Aber, ähm, wir wollen, glaube ich, ähm, bla 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 bla. Äh, was muss ich denn jetzt machen? Ah, ja, ja, ja. Ich hätte vielleicht lesen sollen, was ich machen muss, ich Idiot. Ähm. Äh. Kann ich denn schon weiter? Warte, vielleicht kann ich schon weiter. Ja, tot, dachte, ah, okay. Gut, er hat mich nur davor gewarnt. So, hey, hier, bla 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 bla. Passiert dies und passiert jenes. Habe ich überhaupt schon Pokébälle? Habe ich Pokébälle? Wenn nicht, dann darf ich das Pokémon nicht einfangen. Bitte. Ich habe Pokébälle. Bälle. Verdammt. Ich habe es schon mal versaut. Oh, Junge, was ist das schon mal für ein Riesen-Fail hier? Ich dachte, die zeigt mir jetzt erst mal, also die, ähm, Serena zeigt mir jetzt erst mal, wie er Poken und fängt. Ich war völlig... Ich bin voll Idiot. Damit kann ich mir Route 1 schon mal abschmenken. Nee, Route 2 war das. Route 2 kann ich mir abschmenken. Super toll. Ey, das fängt super an. Tolle Wanderlok Challenge. Ich liebe die Challenge. So, hier wird uns gezeigt, wie wir Poken einfallen. Und werden wir hier, bekommen wir dann auch unsere Pokébälle. Moment. Ganz kurz. Ich gehe da noch vorher schauen, weil es kann sein, dass ich vielleicht noch gar keine... Doch, ich kann auf jeden Fall Pokébälle einfangen, oder? Äh, Pokébälle einfangen. Ich kann auf jeden Fall Pokébälle, ähm... Dingens, boomens. Pokébälle kaufen. Ja. Ich hätte Pokébälle kaufen können. Ich wollte nur schauen. Vielleicht hätte es sein können, dass ich in, ähm, Aquarelia... Wie heißt das Aquarelia? Dass ich da, ähm, gar keine Pokébälle hätte kaufen können. Und von dem her hätte ich das Pokémon gar nicht fangen können. Deswegen wäre diese Regelung erstmal neutralisiert. Die hat einfach mal 50 Stück. Hätte es mir ruhig mal ein paar abgeben können. Aber gut. Sei es jetzt drum. Okay. Oh, ich habe noch nie gesehen, wie man Pokémon fängt. Blah, 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 blah. Ich werde dich trotzdem fertig machen, Serena. Auch wenn du ein Pokémon hast mit Typenvorteil. Ich mache dich kaputt. Ich mache dich fetisch. Ich mache dich fetisch. Übrigens, wenn man, ähm, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, weil einem die VM fehlt und auch keines der Teammitglieder die VM lernen kann. Jetzt habe ich Pokébälle. Super. Dann kann man sich auch ein besiegtes Pokémon ins Team nehmen. Aber die Regeln werde ich euch alle im Verlauf des Let's Plays dann auch erklären und zeigen. Ich schaue nur ganz kurz. Vielleicht könnte es wirklich sein, dass wir gar keine Pokébälle hier fangen können. Also hier ist auf jeden Fall ein Markt. Das weiß ich. Ja, hier kann man auch bestimmt Pokémon fangen, oder? Äh, Pokémon fangen. Also man kann bestimmt hier Pokémon fangen. Man kann hier Pokébälle kaufen, oder? Kaufen? Ja. Na, fuju. So, jetzt brauche ich erstmal kein Pokébälle. Wir wollen auf jeden Fall in diesem Part unser erstes Pokémon tauschen. Das wäre megamäßig cool. Vorher beende ich diesen Part nicht. Komme, was wolle, meine Damen und Herren. Wir müssen, also hier darf ich nochmal Route 2. Ist für mich jetzt verboten. Also kann ich hier einfach lockerflockig durchrennen. Aber da haben wir schon mal den Wald. Im Wald, der Lein. Da ist Hänsel und da ist auch Gretel. Und dort können wir uns dann ein Pokémon fangen. Und das ist dann toll. Und wir haben alle Spaß. Und wir geben Gas. Ah, komm. Ne, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Daitiri. Daitiri. Nicht Daitiri. Oh Gott. Ich kann die Namen teilweise noch immer nicht. Aber, ja gut. Sei es drum. Ist ja jetzt nicht schlimm. Unser allererster Pokémon-Kampf, der nicht gegen Senna war. Ich habe nichts gegen Senna. Aber die ist ein bisschen nervig. Und die wird auch im Verlauf des Turniers richtig nervig sein. Aber was ich noch immer megamäßig cool finde, sind die Animationen. Oh Gott. Also, schon allein wegen den Animationen würde ich das Spiel einfach nochmal spielen. Schaut doch das an. Das sieht so süß aus. Das kleine Zickzacks. Ich mag Zickzacks eigentlich gar nicht. Aber hier in Pokémon X und Y sieht das sogar richtig cool aus. Ach, übrigens. Und ich spiele jetzt übrigens diese Wonderlog-Challenge als Lückenfüller, bis dann Omega, Rubin und Alpha Saphir kommen. Weil dann werde ich auf jeden Fall die Let's Playen. Und darauf freue ich mich auch. Aber jetzt erstmal freue ich mich auf meine Wonderlog-Challenge. Ich bin gespannt, ob ich sie schaffe. Ihr könnt auch sagen, ey, ich glaube, Foka, du schaffst das. Oder, Foka, du hast keine Chance. Bei der Wonderlog-Challenge hast du dich schon ein bisschen nubig angestellt. Und jetzt hier dann noch. Ne, das schaffst du niemals. So, Nuvaria-Walt, da begleitet uns die Senna. Ich habe auch eigentlich kein Problem mit, weil die heilt uns immer wieder. Aber dazu müssen wir sie, glaube ich, auch ansprechen, oder? Wir müssen sie ansprechen. Komm, heil mich. Heil mich, liebe Senna. Ja, ich soll geheilt werden. So, und jetzt fangen wir endlich unser erstes Pokémon. Hoffentlich, wenn nichts schiefläuft. Und dann können wir das auch tauschen. Dann können wir das auch tauschen, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall, wenn ihr euch auf dieses Projekt freut, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und über einen netten Kommentar. Ich würde auch die Pokémon gerne nach euch benennen. Aber, ähm, das geht ja... Das könnte... Oh, ich dachte schon, dass... Das hätte theoretisch auch ein Volltreffer werden können. Und dann wäre einfach das Würmchen besiegt. Und dann, ähm, ja, hätte ich es versaut. So, wir zücken den Beutel und werfen einen Pokéball. Und dann werde ich es so machen, dass ich als erstes mein Igamaru tauschen werde. In diesem Part. Damit wir... Damit ihr einfach wisst, wie das funktioniert. Damit wir unser erstes Teammitglied haben. Weil Igamaru ist ja nicht unser erstes Teammitglied. Und erst im nächsten Part werde ich dann... Ähm, hier, wie heißt das Ding überhaupt nochmal? Pormel, genau. Pormel werde ich dann tauschen. So, wir geben dem Ding erstmal einen Spitznamen. Den Pokédex-Eintrag, den, äh, können wir uns schenken. So, komm, Spitznamen. Yonatür-Le-Mond geben wir einen Spitznamen. Wir... Wunder... Ah, nee. Schreiben sollte man auch können. Ist ein bisschen schwierig, weil ich halt mein, ähm, Mikrofon hier rumstehen habe. Und das versperrt mir so ein bisschen den Weg. So, habe ich es richtig geschrieben. Und der Poké, ja. Tatsache. So, unser zweites Pokémon, das uns aber nicht gehört. Und jetzt... Ja, ja, halt die Klappe. So, und jetzt zeigen wir uns... Zeigen wir uns mal... Schauen wir uns mal den Wundertausch an. So, dazu müssen wir erstmal eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Das sollte kein Problem sein. Und dann, ähm... Hoffen wir mal, dass wir ein cooles Pokémon bekommen. Das kann ein bisschen dauern. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit, meine lieben Damen und Herren. Kann ich jetzt einfach mal los... Fehlercode 002... Was? Um Online-Service nutzen zu können, benötigst du die neuere Version. Da... Oh Gott, ich muss mein System aktualisieren. Okay, wir sehen uns gleich wieder, Freunde. So, das System ist geupdatet. Und jetzt sollte es mit dem Wundertausch eigentlich auch klappen. So, erstmal wieder eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Schon mal zwei Fails im ersten Part. Das fängt schon mal super an. Also, wenn... Also, wenn es dafür nicht schon mal einen Daumen nach oben verdient hat, das Projekt. Weiß ich auch nicht. Nee, Spaß beiseite. Wenn euch das Projekt gefällt, würde ich euch über eine Bewertung freuen. Und halt über schönes Feedback. Und wenn euch das Projekt nicht gefällt, dürft ihr das, ähm... Auch gerne mitteilen. Wenn ihr sagt, so, ey, Fokke, das ist gar nicht mehr so spannend, wie du hier anhimmelst. Aber ich finde es spannend. Willst du einen Wundertausch durchführen? Ja, natürlich. Das ist auch das erste Mal, dass ich einen Wundertausch mache, ehrlich gesagt. So, ähm... Wir tauschen unser Igamaru, unser Wunderfoka. Und jetzt suchen wir erstmal nach einem, ähm, Tauschpartner. Das Ding ist auch, wenn ich einen Pokémon einfange, darf ich auch... Äh, muss ich es sofort wegtauschen. Also, ich muss... Ich darf da nicht erstmal ein bisschen trainieren. Jetzt mit Igamaru war es ein... Äh, war es eine Ausnahme, weil ich halt nur ein einziges Pokémon hatte. Und der Wundertausch erst ab zwei Pokémon funktioniert. Aber im Normalfall darf ich das nicht. Hallo, liebe Wancho-Wau-Wau-Wau aus Hiroshima. Na, dann schauen wir mal. Ich mache keine Hiroshima-Witze. Nein, ähm, was wir für ein Pokémon von dir erhalten. Das wird, glaube ich, ein bisschen... Ein Skorgro. Ey, das ist... Das finde ich gar nicht mal schlecht. Jetzt schauen wir noch, wenn es noch einen coolen, äh, Level hat. Dann, wieso nicht? Hallöchen, liebe Skorgro. Das ist, ähm... Ja. Supi. Also, ich weiß nicht. Ich finde es cool. So als erstes Pokémon. Wieso nicht? Wenn es jetzt noch coole Attacken hat, dann ist es umso besser. Das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Äh, hier Pokémon. Dann schauen wir uns an. Äh, Level 1. Das ist natürlich... Ja, okay. Können wir eh trainieren. So ein Giftstachel. Ja. Äh, Initiative plus Spezial... Ja. Also, geht's. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Aber geht auf jeden Fall besser. Ähm. Ähm... Verhindert Vergiftungen. Ja. Immunität. Wieso nicht? Wieso nicht? Ist doch ein ganz guter Start. Wie gesagt, wenn euch das Projekt, äh, äh, gefällt. Wenn ihr euch darauf freut. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Im nächsten Part werden wir dann, ähm, unsere Purmel tauschen. Aber das, wie gesagt, erst im nächsten Part. Bis dahin, meine Freunde. Und, äh, hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und wir sehen uns im nächsten Part. Schönen Tag noch. alles gut und tschülü